In den Jahren zwischen 1988 und 1990 passierte etwas Wunderbares. Im Raum Nienburg in Niedersachsen wurden 66 äußerst überdurchschnittlich schöne, intelligente und erfolgreiche Lebewesen der Gattung Homo sapiens sapiens geboren. Schon früh zeigten sich die Talente der jungen Menschen als Modell, Perlentaucher, Bauingenieure oder Testfahrer. Ihre Lebenswege waren schon früh gekennzeichnet. Doch im Jahre 96 des vergangenen Jahrhunderts wurden sie in die Hände des Terrorregimes vom Kultusministerium gegeben. Mindestens 13 lange Jahre mussten sie unter der Schreckensherrschaft leiden. Und von den ehemals 124 Seelen kamen nur noch 62 durch. Diese Dokumentation schildert den Leidensweg dieses Jahrgangs. Denn er war ungewöhnlich, kunterbunt, abwechslungsreich, großartig, chaotisch, lustig, vielseitig, anders, top. Unser Jahrgang ist einfach einzigartig, witzig, ich glaube verrückt, trifft es am besten. Wir sind spitze, gelungen, Chaos, Hammer, chaotisch, unheimlich sexy, kreativ, äh, bester Jahrgang wie du bist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017